Luise Dittmar, Vier Zeitfragen, beantwortet in einer Versammlung des Mannheimer Montagvereins, Offenbach, 1847. Nicht eher wird die Menschheit einer harmonischen Fortentwicklung fähig werden. Nicht eher werden jene rohen Triebe sich läutern und edleren Empfindungen Raum geben, bis man allen Teilen der Gesellschaft das Recht gestattet, sich auszusprechen. Bis man auf alle Forderungen hört und alle gegeneinander abwägt. Ich betrachte mein heutiges Erscheinen in diesem Kreise, so unbedeutend es auch in diesem Augenblick sein mag, als eine Tat. Zum ersten Mal spricht eine Frau sich öffentlich über das aus, was sie unter Gewissensfreiheit versteht. Sie geht mit einem Beispiel voran, dass ihr die Anfeindung engherziger und gleisnerischer Naturen zuziehen wird. Doch ich gestehe mir meines moralischen Wertes zu deutlich bewusst zu sein, um solche frommen Hornissen zu fürchten. In manch einer ernsten Stunde frug ich mich selbst, bist du auch deiner gewiss? Treibt dich kein irriges Gefühl, keine Eitelkeit? Hast du auch den Mut, zu Ende zu führen, was du beginnst? Ebenso oft sank dieser Mut, wenn ich die Erbärmlichkeit der Menschen gewahrte, ihr verkehrtes Urteil, ihre Unfähigkeit, den allmächtigen Wahrheitstrieb zu würdigen. Zu was sich für diese opfern, sagte ich mir dann. Zu was zum Märtyrer werden, wo man deiner spotten, dich verleumden wird. Doch das ist keine Überzeugung, die sich jemals durch solche Einwendungen unterdrücken lässt. Wer von einer erhebenden Idee erfasst ist, für den gibt es weder Schranken noch Opfer. Seine Überzeugung zu opfern ist allein Märtyrer-Tum für ihn. Denn nur der lebt, welcher sich selbst liebt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017